Hallo Bayern München Fans, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Bevor wir beginnen, vergessen Sie nicht, Ihren Daumen nach oben zu geben und das Video bis zum Ende anzusehen. Denn wir haben aufregende Informationen über eine mögliche Neuverpflichtung, die den Transfermarkt in Aufruhr versetzen könnte. Heute sprechen wir über die neuesten Nachrichten rund um den FC Bayern München und die mögliche Verpflichtung von Nico Williams, einem talentierten spanischen Spieler, der das Interesse großer europäischer Vereine wie Chelsea und Tottenham auf sich zieht. Lassen Sie uns in fünf Abschnitten voller Details und Emotionen in dieses Thema eintauchen. Nico Williams ist ein junges spanisches Talent, das sich in der La Liga beim Athletic Club einen Namen gemacht hat. Mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von nur PS 43 Millionen in seinem Vertrag könnte er den Verein diesen Sommer verlassen. Seine Fähigkeiten und sein Potenzial machen ihn zu einer sehr begehrten Verpflichtung. Der FC Bayern sieht in Nico Williams die Möglichkeit, seinen Angriff langfristig zu stärken. Mit Spielern, die anfällig für Verletzungen sind, wie Leroy Sané und Serge Gnabry, könnte die Ankunft von Williams mehr Stabilität und Talent ins Team bringen. Die Ausstiegsklausel von Pound 43 Millionen könnte durch Leistungsprämien erhöht werden, aber selbst dann betrachtet der FC Bayern diese Investition als eine einzigartige Gelegenheit, eines der besten Talente der La Liga in seinem Kader zu haben. Also Fans, was haltet ihr von dieser möglichen Verpflichtung? Bleiben Sie dran für weitere Updates zum Transfermarkt des FC Bayern München. Gemeinsam streben wir nach weiteren Erfolgen und siegen für unseren Herzensverein. Bis zum nächsten Mal.